ja hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge yakuza kiwami ob wir es heute zum floristen schaffen oder auf dem weg dorthin wieder in eine spirale aus auch einen könnte ich ja noch und der kriegt aufs maul und hier und da mal schauen ich müsste ja eigentlich nur ganz damit einfach stumpf durch nein ich werde von irgendwelchen sequenzen gefallen ich bin ein bisschen Was ist da für eine Intensunterhaltung nebenher am passieren? Oh man, was willst du von mir? Mitgefangen, mitgehangen? Nein, ich darf die Story nicht weitermachen. Guck. Nanny. Aaaaah! What? Oh, oh, man. Ich dachte schon, das ist alles sehr merkwürdig, aber ja, das macht Sinn. The Lord of the Night, ja auf jeden Fall Gold Standard of Customer Service, natürlich. Guru 40 years old. Natürlich bin ich jetzt besachen. Jetzt wirst du besoffen oder wirst du verprügelt? Massima. Wobei, so wie ich jetzt gelernt habe, das Chi wird manchmal auch als Chi ausgesprochen. Deswegen könnte es der Machi-Mann sein, nicht der Machi-Mann. Ja, natürlich! Natürlich! Oh, man. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Ja, dann prügeln wir uns halt, oder? Wer hätte gedacht, dass es darauf hinausläuft? Nein, 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 nein. Da wird nichts geprägt. Ah, Gott. Wie aufwendig. Einfach nur fünf Ratschen geballert. Wie aufwendig, einfach nur fünf Ratschen geballert. Er. Wie aufwendig. Wappel. Wie aufwendig, dass ihretzt. Bist das aufwendigen. Ja, der Statt war. Ich könnte zwischendurch auch mal wieder einen heilkant nehmen, jawohl. . 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 Das war's für heute. 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 Noe? Das ist sehr aufwendig. Dafür, dass ich einfach noch einen... Ich bin ein... Ich bin ein... So, und hier soll jetzt einer im Anzug sein, den ich verprügeln soll. Hier ist keiner im Anzug. Achso, da ist einer. Nein, habe ich nie gehabt. Komm mal her. Komm mal her. Wir müssen was ausprobieren. So, haben wir die Lektion gelernt? Hey, your boss is better than ever waste my time with another of these stupid calls ever again. Sakura Storm. Nice. Dann sind wir hier durch mit den Zehnern. Hier gibt es noch welche, ja. Boah, die gibt es keine Zehnern mehr. Sehr gut, dann sind wir fast durch. So, also, aber jetzt. Es soll tatsächlich wieder im Registrope gehen. Der Flurist wollte was von hier. Oh, der alte Mann. Goddard. Good. Was willst du sagen? Na, ich dachte mir doch, das ist doch so ein Altmeister. Okay, gut, gut. Okay, Komaki-san! Komaki-san! Oh, da Sensei. In einem Moment ist er noch San. Satoru! Satoru-chan! 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 Oh Okay Okay. Oh. Oh. Habe ich keins? Ich habe keinen Wundenkartan, ich habe nur richtige. War hier nicht mal ein Waffenladen? Ja gut, dann machen wir das jetzt das nächste Mal. Ich renne jetzt noch mal komplett durch die andere Stadt, also durch die Stadt. So, Herr Florist, dann erzähl doch mal. So, Herr Florist. 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 Ich habe keine Frau, Herr Florist, oder? Wer will alles in die Stadt? Ihr kuchen. Nein, das ist ein künstleres leges Kuchen. Ich nehme die Information, hier war stattdessen. Heute war ich es auf dem Tand. Was? Ich wurde hierher geschickt, damit du mir sagen kannst, du hast nichts. Hättest du mir nicht auch am Telefon sagen können, dass du nichts für mich hast? Wenn ich jetzt eh wieder zurück muss, dann kann ich auch... Oder auch nicht. Nein, kann ich nicht. Tamura-kun! Ja, ich bin sehr schön. Du hast, dass du schon sterben hast. Ich bin sehr traurig. Du hast auch schon gesagt, dass du auch so ausgesprochen hast? Ja, das stimmt. Du hast mich verletzt, dass du in Tokio kam. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich habe es gut gemacht. Ich habe es gut gemacht. Was ist das für heute? Ich habe es mit einem Boss mit 5 Jahren, und ich habe es mit einem Boss mit einem Boss. Und ich habe es, dass ich mich nicht mehr als Nachfolger ausfüllen. Ich habe es, und ich habe es, und ich habe es mit dem Boss zu arbeiten. Aber wie hat man ihn mit ihm sterben? Ich bin Glück, dass meine嫁 und keine Kinder mehr so gut waren. Es gibt keinen Unterschied, dass ich sie nicht sterben. Ich denke, dass die Daten besser sein wird. Ich habe gesagt, ich habe mich mit Hanaya. Ich habe mich geholfen. Ach so. Aber Aoki... Ich habe mich auch schon für dich. Ach so. Ich habe es geschafft. Ich habe mich geholfen, Aoki. Ich bitte. Ach so. Ach so. Dann noch mal. Hm? Was ist hier? Kann man was helfen, junger Mann? Ja. Hey. Hä? 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 und die schnitzeljagd geht weiter da ist der Weapons Shop erst mal fixen einmal komplett dann was hast du ja witzig aber wieso hast du keinen roten Katana falsche richtung schon wieder ja hier da ist er aus seiner ecke jetzt hör auf mit dem üben aufhängen ja 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 jetzt mal runter zum Ich glaube im Pornshop war es mit der roten Katana, das nehme ich dann mal mit. Und dann hoch zum Betting. Betting Arena. Ach natürlich! Dein Gesicht! Was ich? Was ich? Was ich? Was ich? Wer ist das? Ich weiß nicht, Herr Pornack. Ich weiß nicht, Herr Pornack. Ich weiß nicht, dass ich nicht weiß. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht weiß. Oh, ich habe noch nicht gesagt, dass ich nicht ausgegeben habe. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh, Sie sind sehr froh. In Wahrheit ist es Chimpera... Sie sind okay? Sie sind okay? Was ist das? Na, ein paar. Oh, das zwei sind ein paar. Was ist das? 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 Was ist die Frage? Sorry. Das war's für heute. Ja. ähm... okay... äh... das lief anders als erwartet... und dann verschwand er... aber wenn ich das richtig verstanden habe, habe ich jetzt irgendwo wieder ein Ausdruck gezeichnet... da oben, alles klar, da habe ich jetzt aber gerade im Moment null Interesse dran... okay, gut... ich komme da schon auch ganz vorbei... okay, das ist nur random... so... ins Gesicht... so... 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 ... Das ist so schön. Das war's für heute. Schau mal schön in die Magenprobe! Ah ja! Ah ja, chill vor Lust. Nachgang zieh. Noch mit eins. Kiryu, jetzt ist es noch eine Zeit. Ich habe noch mal einen Aufmerksamkeit, aber ich habe noch einen Aufmerksamkeit. Wenn du dich mal sehen, kannst du dich sehen? Sie ist aufmerksamkeit? Ja, das ist das. Ich habe auch noch einen Aufmerksamkeit. Also, das ist die Linke. Ja, okay. Und natürlich steht hier schon wieder... ja, Cave-Hot-Band Na, Soul ist alles soweit... Tick, 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 Tick... Ich bin in der falschen Straße... Oh, hab ich schon... Ja, okay, gut... Dann einmal das Ganze... Dann bin ich gewappnet für sämtliche... ...random Aufträge... Oh... Oh, das ist... Ich bin ein bisschen... Das war's. Ja, ok. Sanrio. Hii Hii ... ... ... ... Hm. Ja eben, too vague, ja. Ja, dann lass hören. Natürlich, ich komm mit, wieder scam, Society of Saints, oh Gott, das ist auch so gefressen zum Reinschlagen. Ja. Ja. Das ist so ein Scam, Alter. Nein, das gibt's nicht, das ist so fassbar schlicht. You don't say. Nein. 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 Das klingt ja zu gut. Wo bekomme ich denn diesen wunderbaren Rosenquarz? Ja, Leute, verarscht mich halt. Nein. Ja. Nein. Ja, und wir sind bescheuert. Ja. Ja. Und schon sind sogar die Thugs. Ja. 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 Ach, natürlich ist es ein Scam, oh, das sind 5.000 Yen auch noch gekückelt. Wer jetzt? Little Match Girl, Och Gott. Oh A match factory Okay 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 Möimi Maschida Okay, das war eine nette Geschichte. Äh, wie sind wir nicht denn hier immer wieder zurückgesetzt worden? Wenn der schon da steht direkt, dann kann ich mich auf Leitung kümmern. Was ist denn Ichi wieder in mein Ohr gelabert? Ach Leute. So, dann ist das zumindest geklärt hier. Juch, dann Abfluch! Nice. Und den Stein. So, dann können wir mal die gute Dame in Ruhe lassen. Um, das ist der Schmerz. Oh, Herr Slippan. Schmerz. 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 Dann. Schmerz. 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 Oh... Oh ... Oh ... Also hinten noch ... Go, Go verdresschen ... Ja ... Hahaha Hahaha Soo, war jetzt das jetzt die ganze Aufregung werden Ja dann, sei mein Minion Ja dann, sei mein Minion Natürlich stehe ich auch noch genau in dieser Ecke Wir haben doch die nächsten Sachen, einfach nur aufs Maul Da bin ich schon mit rechtem Send him flying Einmal voll machen hinter dem Jetzt ist er ein Zombie Das ist immer mehr ins Gesicht, Alter Ich bin so großartig Ich bin so großartig Das war's gut. Ja, das Spiel hat halt schon Ideen, so ist es ja nicht. Oh ja! Boah, Hammer, schön mit der Dachplatte. Beißt der jetzt? Mit der Dachlade aufgespießt, auf jeden Fall. Oh ja! 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 Das war's für heute. Das ist schon richtig, richtig gut. Das ist eine richtig coole Sequenz gewesen. Oh nein! Nein! Natürlich! Natürlich! Ha! Ja, das ist gut. Anyway... Dragon Seat Gorge, ja. Sehr schön. Okay, ich würde dann aber das jetzt als großes Finale stehen lassen. Was ist hier noch? Ach, keine Ahnung. Ne, ich muss da jetzt durchlaufen. Okay, dann als weniger großes Finale machen wir das. Na, Panzer fahren. Hm. Naja, wenn du meinst. Könnte aber natürlich auch böse nach hinten losgehen. Aber solange wir Leute verprügeln können. Das Schellack. Ich wette, das ist ein Scam. Mal wieder. Ja. Wo? Shimano? Was? Nein. Ah. Wut, 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 wut. Hier. Alle. Also, das ist es. Ekkk. Ja. Ja, das ist es. Wut, wut. Wut, wut, wut. Wut, wut. Wut, wut... Wut, wut. Ich habe euren Chef schon verdroschen. Okay, es war ein harter Kampf, aber ich habe ihn verdroschen. Ich bin so gut wie keinem Training. Knack. Dann sag ihm, dass er sich die nächste Stelle abholen kann. Was geht mit der Musik? Oh ja. Okay. Okay. Ja. Jetzt kann ich mal gucken bei den Upgrade Abilities. Also hier ist keiner mehr für 10. Ne, da ist 50 das nächste. Da sind noch 10er. So, das müsste jetzt, das sind alles 50er, die jetzt noch hier ein bisschen. Bei Body sieht es auch aus, geht es jetzt auch mit den 50ern weiter. Okay. So, das sieht so aus, als fehlt da irgendwo noch einer. Das sind 50er, hier geht es auch weiter in die 50er. Ne, dann tatsächlich finde ich, was das dann gibt, durch. So, und auch was die Folge angeht, bin ich durch. Vielen Dank fürs Zugucken und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Bye. Bye. Bye.